Bist du da oben? Ich bin da oben, ja. Oh mein Gott, sorry. Während ich abdrücke, merke ich noch, dass da gerade irgendwas falsch gelaufen ist. Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde. Wir nähern uns langsam dem Ende der Questreihe The Tarot Group Trail. Dazu geben wir jetzt die letzten verbleibenden Quests an und in den letzten beiden Quests vor dem Finale müssen wir einmal Fix of Reserve an die Kamera placen und danach 25 Raider mit Rough Gear erledigen. Die Wahl der Map ist hier ganz klar auf Labs gefallen, da hier in der Kürze der Zeit einfach am meisten Raider zu holen sind. Wie die Jagd auf die Raider für uns lief, habe ich euch hier wie immer knackig zusammengefasst. Das war's an dieser Stelle aber auch schon wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir gehen mal hinten rum. Die Wurzel aus 389.961 bitte. Das ist ganz einfach. Das ist 19,73. Habe ich doch gesagt 624,4. Könnt gerne einen Clip machen. Ich habe definitiv 624,4 gesagt. Genau das waren meine Worte. Ja das brauchen wir jetzt zum Placen nicht so optimal, aber... Ja das brauchen wir jetzt zum Placen nicht mehr. Das war's für heute. Ey, warte mal. Welcher Gable Stabler soll's denn sein? Der die Rampe runter? Achso. Der da hinten. Ja, moin. Okay. Ja, easy. No Backpack Exit. Ja, D2 ist auch schon offen. Da kann ich auch einfach raus und dann rein, Territrov Labs, weitermachen. Augen zu und durch! Okay, ist zu laut, ist zu laut. Alter. Gleich nach unten in den Keller? Ja. Können wir machen. Ja, vor uns. Jetzt. Kommt noch wer von links? Hast du sie? Ja. Okay, du pass auf. Ich muss mal kurz stacken. Rechts. Ja. War das unten? Ich weiß nicht, ich glaube, hier oben liegt ein Toter. Ich höre auch Schritte hier oben. Ja, vorne. Hier unten hat sich was gedreht. Wo? Unten hat sich was gedreht. Unten? Ja. Ja, ja. Direkt hier unten. Der ist hier rechts hinter. Ja. So hört sich an. Geht's gut in den Wohlen oder was? Müsse egal. Da ist ein Magazin getroppt. Ja. Wo ist er hin? Liegt er da? Nee, nee. Da ist noch einer. Oh, Granada. Okay, jetzt habe ich sie. Siehst du, der läuft doch gut. Ja, stimmt. Ein bisschen Glück gehabt gerade. Und dann geht auch ein Diablo, dass er sich gerade zurückgehalten hat. Hätte er ja easy schon wegmachen können. Deswegen halte ich mich ja zurück, damit er aufholen kann. Das nennt man Kameradschaft. Freundschaft. Diablo hat sehr lange gebraucht, um das zu lernen. Ach, halt dein Maul. Du, ich habe immer noch die Aufnahme, wo wir am Fighten waren, wo du in der Leiche drin gelootet hast. Wo wir gefightet haben und du warst noch mit Looten beschäftigt. Komm mal gleich. Halt 10. Ja, ja, genau. Ich kann gerade nicht. Ich habe gerade zu... Du hör auf zu looten, wir brauchen hier Hilfe. Und dann waren wir schon tot. Oh, dann können wir mal ein wenig raus. Und hier. Hast du welche? Oder Spieler. Ich habe Rader hier. Und ich auch. Ich habe Rader hier. fahrstuhl hinter mir ich gucke noch mal ob bei dem anderen fahrstuhl hinten vielleicht noch was ist das scheint es gewesen zu sein ich lute jetzt noch die boys und hau ab okay ich hau ab ne ja ich bin hier auch ein gate alles klar die extract ist mir relativ egal radar musst du mir wünschen yellow ganz viele radar rechts ja gespawnt glaube ich im flur im langen ich gehe mal da lang naja am anfang hinten oder was ja hast du alle oder auch? drei stück ich komme ne ist noch einer da lang und dann bist du an der treppe ich hatte hier zwei gerade die standen hier im raum da hinten war was spieler ja ach come on naja der kommt von da ja der wirft doch schon nades dahin aber hier in meine richtung da oben scheint ein scuff zu laufen oh da hinten bei der küche alles klar alles klar wir müssen von unten an die küche ran hier bei mir kommst du mit durch durch den gang siehst du da ist der spieler ich bin jetzt neben die anderen natürlich ich bin hier drüben naja ich höre dich bist du kurz gesteppt? ne hier hinten läuft was hier liegen spieler fette m4 ach hier sind spieler ach junge oh gott regt mich das auf da ist noch einer da ist ein raider ok ja ja da buchst du noch was? ja nach unten ist es zwei ja ja er zieht sich gerade nach rechts ja weil der steht am scheiß angle ja da hinten kommt er lang vorne müssten sie gleich rechts stehen wenn ich mir nicht irre ich habe gar nicht geguckt ob man hier aufmachen konnte ja es ist ein gespawnt direkt vorne am hangar top sind direkt vorne am hangar top sind die gerade in den hangar reingelossen sind die gerade in den hangar reingelossen? sind die gerade in den hangar reingelossen? hm haben wir nur mehr ganz sweat donner ne der siehst du denn noch ein da werden nur ein Hä? Gibst du noch? Ja ja, alles gut. Ich hol mir mal seine Agro. Der ist doch tot oder nicht? Ist er tot? Ja. Okay, dann nimm mal einen. Die sind halt, warte, ich schmeiß mal kurz ne Nate. Ja. Ich verarschen. Zwei hab ich. Ja, da waren mindestens drei. Ich move jetzt nicht alles, was du hörst. Ich bin nicht. Ich schmeiß gleich nochmal neben den. Hast du noch einer? Äh, ja, ich hab mal zwei. Ich hab nämlich keine mehr zum Beten. Boah, das klingt, als wärst du direkt neben mir nah. Und du bist einfach auf der anderen Seite. Ich weiß. Ne, ich bin unter dir. Ne. Lass uns mal runter zu den Elevatern gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pfff. Er ist ur... Oh ja, da sind zwei. Da sind noch zwei. Die kommen glaube ich. Ja, die sind direkt unter Cat. Ich bin oben. Also... Direkt über den. Hab ihn. Das war's jetzt. Drei. Ich bin gerade angestrengt. Der ist doch gerade hier an die Lande auf. Wie kommen wir noch nicht? Ne, einer ist noch da. Oh, ich hab auch kaum noch Muni. Ich kann dir sonst noch eine AK-1 und 1 droppen. Ja, cool. Aber die... 1 zu 1 hab ich. Ich brauch die Max mit, äh... Dingsbums. Unter dir. Ja, Moment. Ach, schnell gekommen. Wir haben noch drei Minuten und 40. Ich kann noch zu dir hochkommen. Warte. Oh, au. Direkt vor mir. Bist'n du? Ich komm... Komm ich runter zu dir? Hinter dir. Hinten. Hinten bin ich. Ja, ja. Jetzt runter. Ja, hier bin ich. Hier, komm her. Das sind zwei Max. Und auch ne AK. Das sind zwei Max. Und auch ne AK. Bist du da oben? Ja. Ich bin da oben, ja. Naja. Oh mein Gott. Sorry. Ich... Du sagst ja und ich verstehe ne. Sorry. Das tut mir richtig leid gerade. Ich hab dich die ganze Zeit mit Rucksack in Erinnerung. Hast du den gedroppt? Ja, weil das schwer war. Scheiße. War hier noch einer? Bist du das? Ja, ja. Und der... Das Feuer war ja immer gut. Also ich glaub nicht, dass ein Raider auf dem Blut kommt, aber... Das war wieder ein Clip wert. Ich hab sogar einen Spieler getötet, glaub ich. Warte, hier. Da ist er. Hat der da einfach oben gestanden? Seh mir auf gerade. Sag ich dir. Elf Kills. Und zehn davon waren Raider. Das heißt, ich brauch jetzt noch zwei. Während ich abdrücke, merke ich noch, dass da gerade irgendwas falsch gelaufen ist. Kann man nix mehr bei den Trailern verkaufen? Nee. Alter. Geht's euch gut? Ich bin dead. Ich bin hart am Limit. Oh Gott, ich glaub ich bin tot. Ich glaub einen haben wir. Ja, der andere rennt weg. Kann sein, dass er ringsherum kommt. Okay. Alter, ich bin sowas von... ...am Arsch, ne? Mach dich eben schick, wenn du was hörst, sag Bescheid. Der Arsch farmt die weg, oder was? Ja, hier ist einer. Ich weiß nicht, wo das ist. Ist das über mir? Nee. Könnte vorne sein. Könnte auch über dir sein. Genau, Metall. Ist der Treppenaufgang, kann das sein? Ja, die sind wahrscheinlich hinten an der Treppe gespawnt, die Skeps. Hm. Oh Gott, zweimal heavy gegen ihn, ne? Jo. Schön. War das jetzt der Player? Keine Ahnung. Ja. Ja. Siehst du? Ich wusste schon wieder, was ich sagen wollte. Ich hab trotzdem was anderes gesagt. Du hast doch keine Ahnung. Ja. Bewegst du dich? Ja. Okay. Er hat auf jeden Fall noch nicht alle Rare getötet. Einen oder zwei vielleicht. Hm. Nee, er hat hier unten selber einen Spieler gekillt. Ein 61er. MK 47. Jo. Schön. Guten Tag. Hm. Weiß. Ach ja. Herr Futura hält nicht so lange an. Wie sagt der denn? Seine Weste da ist jetzt noch. Ja, ich komm mal eben. Das ist der, der bei der Tür da liegt. Das ist hier Dexter. Oh mein Geh, ist egal. Ja. Wo hatten die die Dinger? In der... In der Hose, glaub ich, war das drin. Oder da. Da, ja. Ja, sehr gut. Oh. Oh. Aber hier nehm ich noch einmal links mit. Psch. So, kommst du? Na ja, da hinten. Vor mir irgendwie. Ja. Ja. Uff. Hab sie. Völlig. Kein raus. Endlich durch mit dem Scheiß, Junge, 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 ich hab Bluxi, Bluxi und Sevo Grunohr, tschüss Jungs und Sevo Grunohr